Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Krypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 60 Cent wieder 3% gestiegen. Der ganze Markt ist auch wieder vorwiegend im grünen Bereich, würde ich sagen. Also einige Verlierer haben wir zwar, aber insgesamt ist der ganze Markt doch schon eher wieder im positiven Bereich. Bitcoin liegt aktuell bei 60.300, auch wieder ein bisschen gestiegen. Das heißt, overall, alle Altcoins haben auch wieder sehr positiv reagiert. Und wir schauen einmal rein, denn wir haben eine ganz, ganz Kracher News heute. Und zwar eine große Kooperation zwischen Ripple, Bitstamp und Robinhood. Ganz ehrlich Leute, wer hätte das gedacht? Ich ehrlicherweise nicht. Das waren ja alles eher immer so, also verfeindete Lager, würde ich sagen. Also Ripple und Robinhood jetzt in dem Fall. Aber aus Feinden können natürlich auch Freunde werden und teilweise eben auch besonders gute Freunde. Und in dem Bereich haben wir jetzt hier eine große Kooperation zwischen diesen drei Firmen, um in Zukunft eine eigene Derivatenbörse herauszubringen. In dem Fall ist Robinhood zwar schon eine Börse für Kryptowährungen und generell so für Assets, sage ich mal. Aber der Derivatmarkt ist dann mit Sicherheit etwas, was auch mit Hilfe von Ripple nochmal ziemlich groß jetzt angegriffen werden kann. So im allgemeinen Sinne. Und gerade auch Bitstamp hat in dem Bereich schon Erfahrung. Das haben wir auch schon in diesen Videos häufiger mal geklärt. Ja, und in dem Fall haben wir jetzt hier die große Kooperation. Alle drei arbeiten zusammen. Und vielleicht auch als kleines Friedensangebot sozusagen hat man XRP tatsächlich auch dann im gleichen Atemzug auf der Börse von Robinhood gelistet. Also in dem Fall kann man es jetzt hier auch in Europa erwerben. Finde ich auf jeden Fall ganz cool und zeigt natürlich auch diesen guten Willen dahin in Richtung Ripple und in Richtung wir wollen jetzt mit XRP ein bisschen weiter vorangehen. Wer die ganze Historie nicht kennen, kann das auch auf meinem Kanal nochmal nachvollziehen. Aber in der Vergangenheit hat Robinhood tatsächlich sehr, sehr häufig, ja, sehr negativ gegen XRP gesprochen. Sie haben sofort gelistet damals mit der ganzen Klage und so weiter. Sie waren da immer sehr, sehr anti, haben sich auch öffentlich dagegen ausgesprochen und so weiter. Also wirklich crazy teilweise. Aber jetzt hat man sich da vielleicht eben so ein bisschen vertragen wieder und kann in Zukunft jetzt zusammenarbeiten. Finde ich auf jeden Fall immer besser als so ewige Feindschaft. Von daher, ja, sehr, sehr cool. Und ich hoffe mal, daraus wird ein großes Projekt, wo Ripple auch ordentlich von partizipieren kann. Das Ganze sehen wir dann übrigens hier. Andere Coins wurden auch gelistet, wie zum Beispiel Tesors oder CK Sync. Hat damit jetzt aber wahrscheinlich wenig zu tun. Ich denke, die Hauptattraktion in dem Fall hier ist XRP, ganz klar. Dann geht es nochmal weiter und zwar zum Thema SEC, keine Berufung. Habe ich ja gestern im Video auch nochmal angesprochen und einige Leute wollten nochmal genauere Hintergrundinformationen haben. Habe ich hier nochmal alles zusammengefasst. Das heißt, in dem Fall geht es um den Binance-Fall, denn dort gab es eben dieses Update. Die SEC hat dort zugegeben in einem neuesten Statement, dass Kryptos inhärent, also quasi von sich aus, keine Securities, keine Aktien sind, sondern dass das in einem Fall ganz, ganz klar nachgewiesen werden muss. Und erst natürlich auch ab dann gilt. Also quasi diese Vermutung wird umgekehrt. Nicht alle sind Securities und jetzt werden die alle vor Gericht gezogen, weil die ja nicht reguliert sind. Sondern eben andersrum, dass wenn es irgendwo eine Security quasi gibt, dann muss das halt erst gerichtlich festgestellt werden. Das ist ja logischerweise dann die rechtliche Grundlage, auf der Ripple auch alles argumentieren kann. Wenn sie das also schon im anderen Fall zugeben, dann werden sie das logischerweise in einem Ripple-Fall auch nicht anbringen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht als Hauptargument nutzen können. Das sollte ganz klar sein. Also von daher bin ich da sehr, sehr froh, dass wir diesen Binance-Fall da in dem Fall auch haben. Ripple's Case is over haben wir hier auch nochmal von Stuart Altidy. Also ja, ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele Indizien dafür. Und ich würde sagen, die Berufung ist sehr, sehr unwahrscheinlich im Maximalen. Dann geht es weiter und zwar von The Breath of Caneman. Denn es gab hier noch ein, zwei Unstimmigkeiten rund um das Thema RLUS-Dollar. Das war eine Frage, die sich manche Leute ja gestellt haben. Werden wir als Retail-Investoren denn jetzt diesen RLUS-Dollar überhaupt nutzen können? Ist das was für uns oder wird er eigentlich nur den großen Institutionen zugänglich sein? In dem Fall kann man ganz klar sagen, ja, der RLUS-Dollar ist für beide. Also sowohl für uns als Retail-Investoren als auch für die großen Institutionen. Aber, und da kommt eben der Twist, Ripple als Firma wird sich nur mit den großen Institutionen, mit den großen Börsen und so weiter befassen. Sie werden quasi die versorgen mit dem Coin und alles weitere. Wie man dann den Coin handelt, dezentral, über Automated Market Maker und so weiter. Das ist Ripple quasi alles recht egal. Da lassen sie uns dann freie Hand, sag ich mal. Aber natürlich werden wir als Retail-Investoren auch mit diesem Coin interagieren können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ripples klarer Fahrplan ist aber nach wie vor, dass sie nicht mit irgendwelchen Kunden quasi Deck zusammenarbeiten, sondern nur mit den Institutionen, die eben versorgen. Und was dann danach passiert, das ist Ripple wirklich vollkommen egal. Dann geht es weiter und zwar von Propto, denn hier haben wir einmal das Propto-Team, das jetzt in der Vergangenheit auch schon von Ripple und Ripple X Dev unterstützt wurde. Und die haben jetzt hier ein großes Ziel und zwar im Jahre 2025 massiv zu wachsen. Sie wollen auch bei dem Token 2049 Event in Singapur dabei sein. Also sehr viele verschiedene Ripple-nahe Firmen und sogar Ripple selbst werden dort vor Ort sein und entsprechend mit dabei sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da rauskommt. Gerade solche Projekte brauchen wir. Ob dieses eine spezifische Projekt jetzt irgendwie groß wird oder nicht, das kann man dann für sich selbst entscheiden. Aber einfach die Masse macht es in dem Fall. Und wenn wir quasi viele hochqualitative Projekte auf dem XRP Ledger haben, ich denke, dann verbreitet sich das Ganze wirklich wie von selbst. Und in dem Fall sehen wir das ja auch schon hier, dass da viele Firmen mit aufspringen auf diesem Zug. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und schön, dass sie eben hier weiter unterstützt werden. In dem Fall jetzt auch hier ein europäisches Team. Also sehr, sehr cool zu sehen. Dann geht es weiter und zwar hier von Blockchain Daily. Denn wir haben hier eine ziemlich schöne Übersicht darüber, wie viele Leute eigentlich aktuell in Bitcoin sind und wie viele Leute damals nach und nach ins Internet reingekommen sind. Und ich denke, das ist schon ein sehr, sehr vergleichbarer Chart. Das sehen wir dann hier einmal links angefangen bei Bitcoin 2014 gerechnet und in dem Fall beim Internet 1990. Und seitdem quasi jedes Jahr ist dann hier ein Balken. Und man kann schon sehen, diese Bewegung ist ja sehr, sehr synchron eigentlich. Also ich würde sagen, das ist fast identisch. Hier kann man schon sagen, da ist es fast gleich auf. Gut, hier hat Krypto dann mal ein bisschen überholt. Ist ja mit Sicherheit nicht schlecht. Aber man kann schon erkennen, dass da vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch mal deutlich mehr Leute dazukommen. Und der Sprung von hier nach hier ist logischerweise sehr, sehr krass. Wenn man das jetzt weitergeht, dann würde man sagen 24. Also für das aktuelle Jahr haben wir noch nicht wirklich die Zahlen. Aber könnte definitiv sich hier so bewegen. Haben wir 25, 26, 27, 28, 29. Und wenn wir 29 bei über einer Milliarde Leute, also quasi jedem achten auf der Welt, der Kryptowährung hält, angekommen sind. Ich denke, dann haben wir da schon einen großen Schritt getan. Aber man darf auch nicht vergessen, dazu zählen natürlich auch Leute, die 5 Dollar in Bitcoin haben. Und 5 Dollar in Bitcoin würde ich jetzt nicht als massives Krypto-Invest sehen quasi. Vielleicht geht es ja nach oben. Vielleicht kann man damit noch Millionär werden in Zukunft. Aber ich glaube, wenn man 5 Dollar Portfolio hat, dann kann man sich nicht als unbedingt großen Krypto-Investoren bezeichnen. Dann geht es weiter und zwar hier von Krypto-Rover. Denn wir haben hier einmal den aktuellen Chart, die Bitcoin-Preisentwicklung je nach Monat, beziehungsweise in dem Jahr nach dem Halving. Wenn man das Ganze mal im Durchschnitt sieht, also 2012, 16, 20 und 24, dann muss man ganz klar sagen, haben wir jetzt hier der September eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also eigentlich waren in dem Jahr dann meistens alle Monate irgendwie positiv und besonders Oktober, November, Dezember. Ich bin auf jeden Fall sehr bullish auf den Oktober. Generell der September ist gerade auch noch nicht schlecht. Wir haben gerade den 15.9. heute. Also ist der September ja auch schon fast zur Hälfte vorbei quasi. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der Oktober dann so bringt. Und November und Dezember sollten historisch gesehen nochmal deutlich mehr bullish sein. Ich bin gespannt. Dann geht es weiter von VET und zwar mit ein bisschen Geschichte, ein bisschen Historie rund um Ripple, finde ich, darf auch manchmal nicht fehlen. Und in dem Fall geht es hier um Ripple als Firma. Denn Ripple als Firma war nicht immer Ripple, sondern sie haben sich damals umbenannt von vielen verschiedenen Coins hin zu eben Ripple mittlerweile. Damals haben sie ganz am Anfang gestartet unter dem Namen Newcoin. Wissen die meisten Leute wahrscheinlich heute nicht mehr, haben die meisten Leute nicht mehr auf dem Schirm. Und danach ging es dann zu dem Namen Opencoin. Das habe ich auch in den Videos hier schon öfter mal erklärt. Und dann eben zu Ripple Labs, beziehungsweise mittlerweile glaube ich nur noch Ripple. Also je nachdem, wie da der legale Beiname quasi ist. In dem Fall war es damals dann nicht der XRP Ledger. Das X steht für International quasi, das RP steht für Ripple. Und in dem Fall hieß es damals noch RCL und zwar Ripple Consensus Ledger. Deswegen war XRP auch immer quasi Ripple. Also das macht schon in gewisser Weise historisch Sinn. Aber alle Leute, die heutzutage das Ganze neu lernen, die sollten natürlich lernen, dass es XRP ist, ein eigenständiger Coin quasi. Und in dem Fall haben sie dann hier einen ziemlich schönen Vertrag aus 2012. Leute, das ist über zwölf Jahre her mittlerweile. Oder fast genau zwölf Jahre jetzt, muss man ganz klar sagen. Genau, und in dem Fall haben wir hier die Gründer, Chris Larson, Jed McCallop und Arthur Brito, die auch alle drei unterschrieben haben quasi hier. Und dann haben sie hier einmal OpenCoin, also die OpenCoin Inc. Aber in dem gleichen Dokument wird auch von NewCoin gesprochen. Also damals war es quasi dann hier Exchange the Assigned IP, also quasi die IP-Adresse wird dann umgeswitcht quasi in Ripple und so weiter. Also es wurde quasi sowohl von OpenCoin als auch von NewCoin gesprochen. Warum das Ganze so ist, ist bis heute noch unklar. Er sagt dann auch hier, wir werden da wahrscheinlich niemals eine richtige Antwort drauf finden. Aber gut, kann man ja nichts machen. Dann, naja, zumindest ist es auf jeden Fall Teil der Geschichte von Ripple hier, finde ich definitiv interessant. Und wir werden sehen, ob Ripple in der Zukunft vielleicht nochmal eine kleine Erklärung dazu liefert, wie es da eigentlich zu kam. Trotzdem ist es mal interessant, das Ganze zu wissen. Dann geht es weiter, und zwar in dem Fall der Vergleich Gold und Bitcoin. Das ist ein Chart, der sehr selten angeschaut wird, aber trotzdem eine gewisse Relevanz hat. Und ich will jetzt gar nicht Bitcoin schlecht reden oder sowas, aber wir haben hier tatsächlich ein deutliches Outperform von dem Goldmarkt aktuell. Zumindest was jetzt so die letzten, ja, 5, 6 Monate anbetrifft, würde ich sagen. Natürlich ist die Rendite jetzt insgesamt bei Bitcoin deutlich krasser gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Also hier unten logischerweise sind wir bei 3.000 Dollar und hier oben sind wir dann bei 60.000 Dollar. Das heißt, das ist ja allein schon ein 20x quasi. Und bei Gold haben wir jetzt hier unten einen Startpreis von 1.300 Dollar und sind jetzt hier oben bei 2.500 Dollar. Soll heißen, da sind wir jetzt auch vielleicht gerade bei mal zwei. Also man sollte schon einmal ganz wichtig hier vergleichen, aber trotzdem hat Bitcoin aus meiner Sicht noch mehr Steigungspotenzial in dem Bereich. Dann geht es weiter und zwar von Gemini. Nein, das ist noch kein Fun-Tweet. Ich habe noch einen anderen gleich. Aber hier haben wir einmal ein Meme, das Gemini gepostet hat. Und zwar sagen sie hier, ich wie ich als Mitarbeiter quasi geduldig darauf warte, bis Gemini XRP listen wird. Das heißt, es ist schon eine kleine Ankündigung. Hey, XRP wird da gelistet werden. Ich denke mal, ist natürlich auch eine kleine Ankündigung gewesen. Also ganz interessant, hier nochmal historisch das Ganze nachzuvollziehen. Und jetzt ist es eben alles drauf und so gekommen, wie es eigentlich auch predicted war quasi. Also XRP ist keine Security. XRP ist auf allen großen US-Börsen quasi irgendwie gelistet. Also ich denke, auf jeden Fall ganz klarer Sieg hier für Ripple. Dann geht es weiter und zwar von VIT nochmal. Denn wir haben ja hier die Mika-Regulation, die Ende des Jahres dann vollständig in Kraft treten. Und in dem Fall ist es auch interessant anzusehen, wie viele insgesamt der Emissionen quasi hier freigesetzt werden. Und in dem Fall ist die Ledger-Effizienz quasi so, dass eine Transaktion ungefähr dem Senden von 123 E-Mails entspricht quasi. Beziehungsweise die jährliche komplette Emissionen ungefähr zwölf Flüge von Paris nach New York. Ist jetzt auf jeden Fall nicht die Welt. Ich würde sagen, für ein möglicherweise globales Zahlungssystem ist das auf jeden Fall echt nicht schlecht. Und ich denke, wenn man da noch ein bisschen rumstellt an den Schrauben, dann kann man da wahrscheinlich sogar nochmal ein bisschen was rausholen. Vielleicht kommen wir irgendwann auf 5, 6 Flüge so in der Richtung, halbieren es nochmal. Und ja, ich glaube, dann ist das wirklich schon sehr, sehr effizient. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Und zwar hier von Bitcoin Meme Pool. Und zwar hier ein paar Vorschläge. Und zwar wie man Bitcoin besser machen könnte. Kann man dann einfach hier einreichen. Und ja, ich glaube, dann sind da die meisten Leute auf jeden Fall bereit, das Ganze zu lesen. Genauso auch für XRP oder sowas. Also ihr könnt gerne mal ein paar Kommentare schreiben, warum XRP immer klein bleibt. Und dann eben hier in meine Vorschlagsbox packen. Und dann werde ich die auf jeden Fall alle lesen. Ist ja klar. Aber unabhängig davon, ob ihr eure Ideen schreddert oder nicht. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.